einen wunderschönen willkommen zum heutigen abend nach etwas längerer nachdenkzeit willkommen zu chronicles of mystery the tree of life oder das vermächtnis der baum des lebens wir machen da weiter logischerweise wie immer wo wir aufgehört haben und scheinbar haben wir beim letzten mal hier bei dem jungen aufgehört namen kata es gibt nichts zu diskutieren genau sich genauso es gibt nichts zu diskutieren hatten wir nicht ein notizbuch was wir tun sollen oder so ein journal gab es hier nicht was hatten wir denn gemacht ach so er hat uns irgendwas doch er hat uns was gesagt dass wir dass das wir zum kamelhändler sollten genau 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 da war da glaube ich was mal das kamel ist immer noch da obwohl wir glaube ich gepennt haben mich fertig danke für den topf das haben sie fabelhaft gemacht ach der inder genau das war's ja etwas fabelhaft machen ist eine spezialität von mir wenn ich eine frau wie sie hätte oh gott eine zweite dann könnte ich frische kamelmilch an ausländer verkaufen niemals wer ihr vater nicht einverstanden ich bin erwachsen das hat damit nichts zu tun ich mache nur spaß ich habe einen fernseher in meinem zelt ich weiß wie das in europa gemacht wird würden sie mit mir zu abend essen danke aber ich bin heute abend beschäftigt warum warum kaut er die ganze zeit wahrscheinlich kaut tabak und weil frauen kann mir nicht und warum ist er wir sind wo sind wir wir sind aber nicht in indien der hat einen indischen akzent ali hat mir erzählt dass sie etwas für mich haben ich bin nicht sicher ob es für sie ist wie bitte wie heißen sie ist das wichtig in diesem fall schon das ist sie wie der ruhe könnte ich meine beitze wieder haben hier bitte ich brauche sie nicht jetzt jetzt verhaut er uns pass auf hier sind ihre papiere wo haben sie sie hier mein schwager arbeitet am flughafen ist alles da ja dankeschön Schauen sie mal wieder rein So ich muss mal eine sache noch ändern Nummer so die musik von dem ding ist alles copyright content verseucht ich weiß nicht was die alles eingekauft haben aber eine ganze menge brauche ich für auslandsreisen Präfektur du pur d'ordom ein meter siebzig marron franzäse bauja 84 die wäre ja heute 40 jahre alt nicht ganz 39 ja okay 38 entschuldigung wir wollen ja nicht dafür zu viel zu dichten ja ablassen kann man nur noch danke kata oh oh dann 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 mach ich ja nicht auch jahrgang 84 dann ja ich bin jahrgang 78 dass wir was so komisch jetzt runter zu rechnen bis ich mir dann auch gefallen ist dass wir 22 noch haben und dann 23 deswegen ich habe müsste jahre runtergerechnet wie alt ich bin und wenn da sechs jahrunterschied sind dann müsste das ja aber ich bin ja nicht so alt ich habe bin von meinem falschen alter ausgegangen ist alles in ordnung ja aber die damen ist gegangen schade wie lange ist das hier nicht so lange ich denke ich werde morgen abreisen wirklich ich kann nicht mitkommen solange meine eltern nicht wieder da sind du solltest hier bleiben auf deine posten wenn sie wiederkommen schauen sie dann rein und erzählen mir wie es war sicher wenn ich etwas finde das werden sie ich sehe es ihnen an wie du weißt habe ich kein geld oder kreditkarten ich werde meine freunde anrufen und sie bitten das geld zu überweisen das brauchen sie nicht es hat spaß gemacht zu schade dass sie nicht meine konsole aus alle graben sie an ja das geld würde dir sicher gelegen kommen das ist das erste mal dass ich die pension allein geleitet habe es ist ein sonderangebot du hast das sehr gut gemacht waren sie zufrieden sehr sie sind hier immer willkommen und schon haben wir eine gratis unterkunft egal wann wir hier vorbeikommen im januar 0 40 ist ein gutes alter ich habe dir als dank ein paar kekse mitgebracht ah nett meine schwester nennt mich immer krümelmonster ich schätze es ist schlafenszeit oder sollten wir die tür abschließen was wir haben keine angst aber lass es uns machen nur für den fall auf wiedersehen bist du in ordnung mir geht's gut das war ein anstrengender tag endlich ein paar stunden wohlverdienter ruhe wachen sie auf fatima ist tot was was sagen sie da ermordet und wir sind die nächsten warum wir müssen fliehen segeln sie mit mir ich habe eine jacht in alexandria wohin rüber nach gibraltar gibraltar sie brachte uns auf die richtige fährte ich glaube er kam zu ihr woher weißt du wohin er gesegelt ist das ist offensichtlich dann ist er so gut wie tot das ist glaube ich der killer unter den dreien oder hier sind wir sicher auf offenem meer was ist denn kairo passiert das müssen dieselben leute gewesen sein wie haben sie mich gefunden graf der antiquar hat mir verraten wo sie waren dann habe ich ein treffen mit fatima arrangiert es tut mir so leid wegen ihr wir hatten so viel gemeinsam diese ganzen morde diese ganzen morde hatten sie gemeinsam passieren so viele schlimme dinge um mich herum leute sterben aber was kann ich dagegen tun ich habe hier eine pistole ich fühle mich selbst geht mir genauso das geht schon wieder los mir würde es gar nicht gefallen wenn sie denen in die hände fällt eine kopie zum glück habe ich es geschafft sie einzustecken ich bin sehr neugierig darauf hier die insel kenne ich ich kann keine koordinaten erkennen fatima hat mir erzählt dass sich der zweite teil der karte der mit den koordinaten irgendwo in gibraltar befindet ja das ist unser ziel wo wir gerade über die arme fatima reden sind sie an dem krug ohne ausgießer interessiert woher haben sie den ich habe ihn einfach mitgenommen mitgenommen sie haben nichts dafür bezahlt ich konnte nichts anderes mehr tun ich konnte nichts anderes mehr tun hat der ernsthafte zweifel hatte sie vor ihnen angst wenn man in einer zwickmühle steckt ist jeder ein feind hat er sie ihm umgebracht graf müssen sie wissen warum denn wer sein leben erhalten will der wird es verlieren aber wer sein leben verliert um meinet willen der wird es finden aber sie im gegensatz dazu töten um ihre leben zu behalten das ist schwer zu glauben graf ich versuche mich daran zu erinnern wen ich so sehr verletzt habe wen ich versuche mich zu erinnern aber alles was ich sehe sind altertümlich gekleidete leute die in palästen herum spazieren ein maskenball wer sind diese leute racozzi prinz von transsilvanien oder horace walpole mit dem ich über meine haft gesprochen habe walpole walpole der schriftsteller ich kann jean jacques rousseau sehen katharina die große nein lassen sie uns von etwas anderem der typ ist schon zig jahre alt gibt es jetzt etwas wichtigeres als die antwort zu finden warum fatima sterben musste vielleicht ich frage mich was die bilder in meinem kopf bedeuten sie sind so lebendig so detailliert als hätte ich vor 200 jahren dort gelebt ich als hätte könnten die vergangenen ereignisse den tod dieser frau verursacht haben das können nur sie wissen graf mein kopf zerspringt die schmerzen werden schlimmer dann hat er eine pistole das ist keine sehkrankheit etwas in mir drin versucht an die oberfläche zu gelangen sich zu offenbaren es zehrt an mir wie kann ich ihnen helfen ich hätte gerne eine tasse tee ich werde mich hinlegen das stimmt ja wir arbeiten jetzt für ihn belassen wir es dabei das ist wahrscheinlich eine gute idee er hat zugegeben den krug genommen zu haben könnte er der killer sein was war denn vorher er hat marcel kontaktiert aber ist nicht geschafft die kiste zu kriegen und der condoliere vielleicht hat er ein doppeltes spiel gespielt und der graf konnte das chronometer nur wieder bekommen indem er ihn umgebracht hat der graf umkreist seine beute auf der suche nach wertvollen artefakten und wenn er sicher ist stiehlt er sie ohne er will diese kiste und das ist der grund warum ich immer noch am leben bin deswegen führt er mich immer noch in die irre ich sitze jetzt in der falle es gibt kein entkommen ich sollte diesen mann einsperren geht nicht geht nicht Darmstager Nord ist ein bosch liebhaber ziemlich gute reproduktionen passend zu den bosch liebhaber starker klebstoff könnte bei restaurierung arbeit nützlich sein knotenknüpfen habe ich schon lange nicht mehr gespielt was 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 Das finde ich krass. Ich muss aber nicht wirklich hier den passenden Knoten an der Branche operieren, oder wie? Nicht schlecht. Ne, wir haben den Knoten schon entwirrt, oder verwirrt. Ja, passend. Das mit dem Ton, das irritiert mich ja. Oder auch nicht. Aber guck mal, wie er... Oh, okay, ich mach Klebstoff dran. Auch nicht. Okay, so. Warum nicht? Ja. Denk nach, Sylvie. Selbst das unterbricht schon. Probieren geht über Studieren, heißt das. Das ist irgendwie programmintern. Das ist keine gute Idee. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Ein schmutziger... Oh, warte mal. Die müssen ja sauber machen. Deswegen. Der ist zu schmutzig, um beklebt zu werden. Stock des Grafen. Schöne Handarbeit aus dem 19. Jahrhundert. Eine solide Handauflage. Okay, Dosenöffner ist auch so ein Standard-Element, ne? Ich habe eine... Ich habe eine Dose. Das reicht. Riecht gut. Das könnte jemanden in Versuchung führen. Wen denn? Ich habe eine... Ah, ja. Ich habe eine. Okay. Wer könnte denn Dosen essen? Also Dosenfleisch. Starft... Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich ist das für ein Hund, wa? Das ist ein Superspiel gewesen. Der ist nur game. Also das war so ein richtiges Highlight. Probieren geht über Studierende. Wir brauchen eine Alternative. Die würden einen Ochsen schlafen legen. Ja, und... Wie mache ich die jetzt auf? Der Graf muss Millionen für diese Yacht ausgeben. Guck mal, da sind wir gestartet und da geht's hin. Sieht wie eine Konsole bei Star Trek aus. Mit CK. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß absolut nichts darüber, wie man so ein Boot steuert. Mangels einer besseren Idee könnte ich den Kurs ändern. Aber ich schätze, nur der Graf kann ihn wieder korrigieren. Sie zu benutzen ist vielleicht einfacher, als es auf den... Okay. Da brauchen wir so weitergehende Infos. Was ist das hier? Ein Funkgerät. Roger, roger. Over und aus. Wenn etwas passiert, kann ich Hilfe rufen. Wenn etwas passiert. Okay, solange nichts passiert, rufen wir keine Hilfe. Verstehe. Der Graf hat eine Pistole erwähnt, aber ich kann sie nirgends finden. Das ist keine gute Idee. Geht nicht. Okay, ich dachte, man müsste es vielleicht hinstellen. Besser wieder rein, okay. Aber ja, schon eine EU-Flagge. So direkt CC. Schon cool, wenn so ein Boot ganz alleine rumschippert. Ich muss doch... Ach, jetzt geht's. Fällt überhaupt nicht auf, dass da was drin ist. Ich sollte die Polizei über den Mörder an Bord informieren. Ach, Sylvie, denk doch mal nach. Wenn er der Mörder ist, dann wärst du gar nicht mehr im Leben. Aber ich glaube, das ist... Na, abend, JP. Hier ist die Atlantis. Eine Hochseejacht der Rhinaklasse. Registriert in Marseille. Wir segeln von Alexandria nach Gibraltar. An Bord befindet sich ein mutmaßlicher Mörder eines Bürgers von Kairo. Graf Saint-Germain. Ich sollte den Funk abklemmen, sodass der Graf nicht mitbekommt, dass sie ihn verhaften wollen. Ich habe die Kabel herausgerissen. Das Funkgerät ist jetzt nutzlos. Oh, das tut mir leid, JP. Wir machen jetzt hier alles kaputt gerade. Das ist keine gute Idee. Wisst ihr? Genau deswegen. Der Graf könnte es herausfinden. Ich sollte den Funk reparieren. Hä? Das ist keine gute Idee. Hä? Stabile Drähte. Ich habe das Funkgerät nicht vergebens kaputt gemacht. Hä? Das wird nicht fun... Ach, jetzt geht... Oh. Gutes Nachdenken, JP. Ebenso, ebenso. Schönes Wochenende. Ich weiß absolut nichts darüber, wie man so ein Boot steuert. Mangels einer besseren Idee könnte ich den Kurs ändern. Aber ich schätze, nur der Graf kann ihn wieder korrigieren. Graf, sind Sie wach? Mir ist nicht nach Schlafen zumut. Können Sie mal herkommen? Jetzt nicht. Ich muss über etwas nachdenken. Der Graf ist nicht eingeschlafen. Eigentlich will ich seine Kabine durchsuchen. Ich muss ihn nur dazu bringen, sie zu verlassen. Vielleicht wird ihn eine Kursänderung... Lange genug herauslaufen. Ach, jetzt kommen wir auf den Trichter mit der Kursänderung. Okay. Dann ändern wir mal den Kurs, wa? Ich habe den Kurs geändert. Jetzt kann ich dem Grafen Bescheid sagen. Jetzt fahren wir zum Stiefel. Nach Sizilien. Hauptsache Italien. So. Hups. Können Sie auf die Brücke kommen? Das Boot ist nicht mehr auf Kurs. Was ist passiert? Ich bin früher ein wenig gesegelt. Da dachte ich, ich nehme mal das Ruder. Nur so aus Spaß. Wir haben keine Zeit für Späße. Ich will es mir ansehen. Gut, dass ich es geschafft habe, den Grafen aus der Kabine zu locken. Der Graf hat seinen Tee nicht getrunken. Die volle Tasse steht noch genau dort, wo ich sie... Hingestellt habe. Okay, dann speichern wir erstmal. Nachtisch. Der Graf hat ernsthafte mentale Probleme. Ob ich ihm wirklich... Angstneurose. Nosophobie. Nosophobie? Ah, ich schätze, das ist die Angst davor, sich Krankheiten einzufangen. Hat der Graf ein paar mentale Probleme? Ach. Nur so viele. Ein Medikament gegen Neurosen? Ein Neurosenmedikament, okay. Eine Nachbildung des Mittelflügels des Triptychs der Heuwagen. Ich kenne die Kombination nicht. Okay, sie kennt die Kombination nicht. Alte, wertvolle Bände. So unterhält sich also der Graf auf seinen Reisen. Da ist die Pistole. Jetzt, da ich sie habe, kann ich dem Grafen gegenüber treten. Wir werden ihn jetzt zur Rechenschaft stellen. Er wird dann sagen, nein, ich bin nicht der Mörder. Glauben Sie mir. Wir werden feststellen, oh, man hat ja doch recht. Wir haben das Funkgerät kaputt gemacht. Und der Mörder, der eigentlich ist, ist auf dem Schiff. Und wie viel wollen wir wetten, dass es so oder so ähnlich stattfinden wird? Aber ja. Ich glaube, Sevi hat nicht nachgedacht. So. Achso, vielleicht, ähm. Ich habe hier eine Pistole. Gehen Sie vom Ruder weg, Graf. Was tun Sie da? Was ich tun muss. Hände hoch. Sind Sie verrückt? Worum geht es eigentlich? Um Fatima. Wollen Sie Geld? Wir haben immer noch eine Abmachung. Warum haben Sie Fatima mal das Leben genommen? Was? Unsinn. Für diesen Krug? Ist ja so viel wert. Als ich dort ankam, war sie schon tot. Und Sie haben sich den Krug geschnappt und sind einfach gegangen, ohne die Polizei zu rufen. Sylvie, versuchen Sie das zu verstehen. Ich hatte keine Zeit. Wenn ich die Polizei gerufen hätte, würde ich immer noch auf der Polizeiwache sitzen und aussagen. Als Verdächtiger. Möglicherweise. So arbeitet die Polizei. Sie glaubt, dass der Erste, der Ihnen in die Finger kommt, ein Verdächtiger ist. Wenn ich in Kairo geblieben wäre, wäre ich früher oder später tot gewesen. Kein Polizist würde mich vor ein... Vergifteten Feier beschützen. So werden Sie sich kein Alibi verschaffen. Denken Sie über die Tatsache nach, dass die Killer jeden erledigen, der irgendwie mit der Kiste des Konquister dort... zu tun hat. Vielleicht haben die auch schon denjenigen in Gibraltar aufgespürt, der die Karte mit den Koordinaten hat. Nur wir können einen weiteren Mord verhindern. Wissen Sie, was ich glaube, Graf? Ja. Sie benutzen mich, um nach und nach an die Artefakte zu kommen. Wenn ich sie alle gefunden habe, erwartet mich dasselbe Schicksal wie Fatima und... Das ist nicht wahr. Ich manipuliere Sie nicht. Und Sie waren es, die Sie zum Palazzo Celeste geführt hat. Darum mussten wir verschwinden. Sie haben das inszeniert. Warum sollte ich so etwas tun? Weil ich nicht zu Ihren Bedingungen für Sie arbeiten wollte. Sie wollten bei mir den Eindruck erwecken, ich hätte keine andere Wahl. Und der Gondoliere? Er geriet außer Kontrolle. Sie wussten nicht, wie Sie das Chronometer zurückholen sollten. Ich sehe, Sie halten mich für ein Monster. Erschießen Sie mich. Machen Sie dem ein Ende. Oh nein! Bevor Sie Ihre gerechte Strafe erhalten, müssen Sie der Welt erklären, wer Graf Saint-Germain ist. Wer bin ich? Ich bin das Wild, das alle Welt hetzt. Und nun hat sich mein letzter Verbünd... Guten Abend, Atalantaner. Graf, ich weiß nichts über Sie. Sie entschuldigen sich immer wieder mit Gedächtnislücken. Vor über einem Jahr versuchte jemand, mir das Label zu nehmen. Tatsächlich haben Sie es geschafft, die Hälfte zu bekommen. Das Leben ist der Augenblick plus die Erinnerung. Und wenn ich versucht habe, etwas über mich herauszufinden, scheuchte das meine Verfolger auf. Aber ich weiß eins. Mein Halbleben nähert sich seinem Ende. Es sei denn, ich gehe zu der Insel auf der Karte und finde ein Heilen. Reden Sie von einer tödlichen Krankheit? Es gibt nichts zu reden. Der Tod ist alltäglich geworden, wie das tägliche Brot. Spricht denn etwas für Sie? Nun, ich glaube, Sie sind der Köder, der Sie zu mir führen soll. Dann werden Sie uns... Jetzt geht das schon wieder los. Wer sind Sie? Sie werden mich nicht in die Irre führen. Warum hätte ich Fatima umbringen sollen? Ich wollte nur mit ihr reden und vielleicht den Krug kaufen. Ich kann ihn mir leisten. Weil sie abgelehnt hat. Sie hätten mir geholfen. Sie haben sich mit ihr angefreundet. Sie hatten es eilig. Sie wollten nicht warten. Darum haben Sie sie getötet. Aber wenn die Jagd auf mich nur eingefädelt war, warum hätte ich mich dann beeilen müssen? Ich kenne nicht alle Ihre Geheimnisse. Das lässt sich leicht sagen. Und der Gondoliere. Warum sollte ich meinen eigenen Mann vor Ihren Augen töten und die Aufmerksamkeit der Polizei auf mich ziehen? Ich hätte es heimlich und leise im Palazzo Celeste tun können. Sie wollten mich damit hineinziehen, mich von Ihnen abhängig machen. Unser Schicksal hätte uns sowieso zusammengegeben. Auch wenn ich Ihre Theorie akzeptieren würde, könnte ich dieselbe Frage stellen. Warum sollten Ihre Verfolger den Gondoliere vor meinen Augen töten? Das kann ich nicht erklären. Ich kann nur sagen, was Sie über mich gesagt haben. Sie wollten Sie mit hineinziehen. Sie hätten mich... Da stimme ich Ihnen zu. Unentschieden. Wie Sie sehen, ist nicht alles nur schwarz oder weiß. Ich vertraue Ihnen nicht. Haben Sie vielleicht geplant, mich hier zu töten und meine Leiche ins Wasser zu werfen? Das ist die Angst, in der Bewegung eingeschränkt zu sein. Klaustrophobie. Habe ich Ihnen irgendeinen Grund gegeben, Angst zu haben? Sie haben mich in dieses Chaos hineingezogen. Ich habe Sie zu nichts gezwungen. Außerdem starb Ihr Freund vom Museum in Frankreich. Damit hatte ich absolut... Ein Brief. Sie haben ihm einen Brief geschrieben. Aus Stress- und Angstgefühlen heraus haben Sie sich die schlimmstmögliche Version ausgedacht. Diese Kiste und das damit verbundene Rätsel sind der Grund für diese ganzen Unglücke. Genau. Ich wüsste gern, wer hinter diesen Vorfällen steckt. Ich bin es nicht. Ich habe zweimal Ihr Leben gerettet. Ich habe keinen Grund, Ihnen weh zu tun. Ganz im Gegenteil. Ich zähle auf Sie. Das soll ich Ihnen glauben? Nach Ihrem Tod. Wie wäre es, wenn ich die Kopie von dem Ausgießer an Fatimas Crew klebe? Vielleicht bringt uns das der Lösung des Rätsels näher. Tja, warum auch nicht? Nachdem wir unseren Chef fast umgebracht hätten. Tja. Tja. Vielen Dank.